... und ab. Ja, hallo, Chrissy. Das ist jetzt das Geburtstag, das wir uns für dich überlegt haben, weil, du weißt schon, ein wenig mit Kritik oder auch Verbesserungsvorschlägen annähern und du bist ein unheimliches Arschloch und dann will ich so viel Geld ausgeben und es sieht immer doof aus, wenn man teure Sachen kauft für Leute, die man jetzt nicht so gut kennt, in Anführungsstrichen, oder auch nicht besonders mag, wie es jetzt bei dir der Fall wäre. Ein Indie-Film, ja, so ein Indie-Film, in dem wir uns, sag ich mal, deinen positiven oder negativen Seiten leuten auf der Welt, alle, wirklich alle, ich muss da nicht weiter drauf eingehen, haben wir uns eben überlegt, dass wir sowas machen. Und wir haben uns überlegt, weil du so ein blödes Arschloch bist und ja, ich weiß nicht, die Freundschaft, die man mit dir haben kann, könnte, sag ich mal, niemandem wirklich was wert ist, weder mir noch allen anderen. Deswegen haben wir diesen Film unter das Motto gestellt, boah, bist du ein Arschloch. Boah, bist du scheiße. Auf die Kamera schon? Ja. Ja, ich hab grad von der Regie mitgekriegt, dass es nicht heißt, boah, bist du scheiße, sondern boah, bist du ein Arschloch. Andersrum. Andersrum, es heißt, ähm, boah, bist du scheiße. Boah, bist du scheiße. Boah, bist du scheiße. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Boah, bist du scheiße. Boah, bist du scheiße. Boah, bist du scheiße, Mann. Boah, bist du scheiße. 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 Richtig scheiße. Boah, bist du scheiße. Boah, bist du scheiße. Boah, bist du scheiße. Auf jeden Fall, auf jeden Fall saß ich in der Vorlesung. In der Tat einfach ein Mädchen vor mir. Welche Info? Info, man. Und da ein Mädchen? Echtes Mädchen. Mit Titten und allem, die war so geil. Ey, ich hatte so einen stehen, eine Folge heute Mittag. Geil ey, Fado krassgeil. Ey, herrscht ja immer noch. Hey Jungs, habt ihr Feuer? Yo, Feuer. Ihr wirst rauchen, ihr habt Feuer. Feuer. Krassen, Mann. Ich bin nicht. Danke. Boah, das war mal krasser Psycho. Boah, wirklich. Auf jeden Fall. Mal mich noch so. Dieses Mädchen. Ey, krass. Du hast ja... Oh, fuck ey. Ey, ist sie echt? Das steht immer noch. Oh, ho, 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 ho. Ey, passt ruhig an. Ey, ey, ey. Frotter ist für alle Tage. Ey, krass. Verdammt nochmal. Und wenn du erstmal Informatik studierst und siehst das, was wir alles hier versucht haben, spielerisch anzudeuten, nicht mal so fair. Happy Birthday. Du hast das Ganze natürlich vereitelt durch diese Scheiße. Uh, wir ziehen nur durch die... Ja, Chrissy, was soll ich sagen? Wir haben auf diesem Weg eigentlich versucht zu sagen, die Startaktion heißt, sorry, dass ich dir keinen Bonkett bieten kann. Die Scheiße läuft so nicht. Die Aggression ist so nicht be... Alles Gute zum Geburtstag, Chrissy. Dann, der Realität ist...